Ich trage das Exoskelett heute zum ersten Mal. Für bestimmte Arbeitshöhen ist es wirklich sehr unterstützend. Auch gerade die individuelle einstellbare Kraftunterstützung für verschiedene Werkzeugtypen ist echt spitze. Also ich hatte gerade zum ersten Mal überhaupt ein Exoskelett an und war total überrascht, erst mal wie leicht das Skelett ist, aber auch wie schnell es losging und was das überhaupt für eine Unterstützung ist. Also ganz, ganz super. Ich bin begeistert. Man muss halt eben selber gar nichts machen. Die Arme bleiben oben. Es ist wie wenn man vor dem Körper arbeitet, also deutlich entspannter. Die Arme werden vor allem nicht müde, was viel hilft. Wir haben die Anwendungsfälle bei uns in der PTFE-Verarbeitung, schwere Bauteile, müssen von A nach B, müssen teilweise ein Kran und wieder vom Kran gelöst werden, um transportiert zu werden. Es ist wirklich für schwere Tätigkeiten, die wir eben auch in unserem Unternehmen haben. Wir arbeiten mit Teflon-Produkten, die auch mal großvolumiger sein können. Ich bin überrascht tatsächlich. Ich habe noch nie ein Exoskelett getragen und es ist auf jeden Fall für Arbeiten, die über dem Kopf und über der Kopfhöhe sind. Eine enorme Erleichterung. Und ich durfte ja gerade eben schon ausprobieren, zu vernäten über Kopf. Hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen ist es absolut nicht kraftanstrengend, wenn die Arme automatisch oben gehalten werden.